Jo Leute, ich bin's wieder, ab und mal von Comeback zu einem neuen Video. Wieder mal ein Video, besser gesagt. Es kam hier lange kein Video. Erstens, das habe ich im letzten Jahr erwähnt, da haben wir nämlich das Jugendlager gehabt. Und danach, nach dem Jugendlager, war ich ziemlich fertig. Da war auch nicht so die Motivation, da wieder ein Video zu machen. Und wenn man so scheiße viel gemacht hat, zum Beispiel, wir sind keine Ahnung, mit Kilometern, etwa so mehr als 34 Grad umhergegangen, dann haben wir noch die Station gehabt. Das war nicht so geschmackig. Und ich habe mich so wünschen, dass ich gerade mal live spiele. Das heißt, ihr könnt nichts erwarten. Das ist doch nicht die erste Runde. Ey, was ist denn da im Fall? Ja, nicht mal die erste Runde. Entschuldigung. Ne, ne, ne. Ah. Komm her, komm her. Na, ja. Hä? Ja, vier Leute. Langweilig. Ich glaube, die sind da. Was passiert alles? Hm, ist nur langsam. Etisch mal. Und ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, was ihr besser findet. So, live kommt, Terrence, wie ich es gerade mache. Oder was im Kinomons aufgenommen und, ja. Wo ich dann wahrscheinlich auf ein Thema eingeben werde. Ach, boah. Keine Chance. Ja. Ach, du Scheiße. Wie kann man nur so spielen? Was? Frick nicht. Gut. Ich habe das Gefühl, dass ihr gerade nicht den ganzen Bildschirm ist, ne? Mal, richtig mal. Ach. Das muss die ein bisschen mehr sein. Wenn es was. Spielen mit der M27. Mit der Sabog-Tarnung. Nein, 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 nein. Das war knapp. Na, vor allem. Was? Verbindung und Bruchung. Ja, geil. Schmier mal die Verbindung ab. Okay, auf drei wird es langweilig. Ja. Was hilft? Nee, ich habe ihn nicht gesehen. Ragnarfaue. Siehst mich nicht? Kommst du jetzt nicht rein? Okay, hab ihn. Ich kann keine Serie fortführen. Ja, oder? Ja. Ey, komm, es lebt. Das ist doch nicht normal. Ich glaube, es war die Ragnarfaue. Ey, warum lebt das hier? Ja, wie ist es überlebt? Sie juckt ihn einfach nicht. Ey, natürlich bin ich hier. Alle, geh aus dem Internat. Da gebe ich dann schon auf. Je, fünf Minuten. Was? Er stirbt nicht. Er stirbt nicht. Er stirbt einfach nicht. Es juckt ihn nicht. Sag ich aber so. Nee. Du stirbst nicht. Nee. Wenn ich sterben will, dann stirbt er auch nicht. Und ich hab vor kurzem wieder mal eine 20-Woven gespielt. Ja, das tut mir leid, das ist so leicht. Ich kann auch nicht so viel. Und ich hab gerade mal so eine Trennung. Und wenn der drin ist, dann sind meistens fünf Tops offen. Und ich bin jetzt gerade mal ein. Es ist so schlimm. Ich will die. Ach, ehrlich. Ich hab mir kein Wort mehr. Das ist wirklich die schleißeste Runde. Das was ich nehm jetzt dann, glaube ich, eher im Kino-Modus auf. Dann bleibt die Frage gespart. Dann bleibt's ja nicht, wenigstens nicht so. Da Tarneli. Mäuser. Soll ich eigentlich genau, jetzt ist er weg. Genau, jetzt ist er Tarneli weg. Ich hasse Logik. Bin wenigstens positiv. Naja. In der Mitte bin ich. Nicht. Oh Gott, bitte. Oh, du verpüsst dich. Erst im Moment, auf Dauer hasse ich dich.